Musik Ja, also Leute, ich bin endlich in Burgos gelandet und diese Stadt gefällt mir sehr gut, ganz besonders diese Allee-Straße und diesen wunderschönen Ahorn-Kamm. Und die Kathedrale hat mir auch sehr gut gefallen, aber da muss man Eintritt bezahlen und das sehe ich nicht allen. Als ich das jetzt das letztens tat, das war 2007 in der Dresdner Frauenkirche, aber da ist es auch was anderes, weil die auch neu aufgebaut wurde. So, ja, heute haben wir Donnerstag und ich grüße ganz besonders heute die Donnerstagsgottesdienstmitarbeiter, insbesondere das Kamerateam Lars-Nathenemeyer und Guido und Carsten Kopja und Christine und Pjörn und so weiter und so fort. Also, die Donnerstagsgrüße gehen an den Donnerstagsgottesdienst, wenn ja heute Abend auch wieder gefeiert wird. Ganz besonders an Frank und an Daniel Mombarz, meine Kamerakollegen. So, die nächste größere Etappe kommt nach 200 Kilometern und das wird Lyon sein. Also, Grüße nach Hause. Wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020